So, das war's schon. Ah, da. Würdest du dir dann noch an irgendeinen Knopf drücken, wie das jetzt los geht? Ne, ist schon einfach hoch eingestellt hier. So, die fände ich die Leistung eingestellt, ne? Wir fahren ja immer noch 20. Ja, wie gesagt, du musst die Brühe noch mal raus. Das ist ganz schnell auf die Arbeit. Ich hab' mir Lust dazu. Ich hab' mal gemacht. Dass das dann geht? Achtung, bitte. Achtung, bitte. Aber kann nichts passieren. Kann man ja abheben oder du verlierst die Kontrolle. Alles easy. Ja, ne, gerade musst du schon festhalten. Na gut. Aber dann, weißt du, wirst du dann im Kirchsturm davon? Aus dem Kirchsturm, oder was? Ja, aber du, da hat's auch, bei Falki erzählt, da hat's auch irgendeine 8 Uhr aus der Kurve gehauen. Hm, da musst du schon aufpassen. Die Boden ist eher geschehen. Aber wenn du dann hier erschalltest und das Lenkrad noch in der Hand hast, dann krieg' ich Angst. Alles. Alles. Du hast ja gestern so geplumpft. Nee. Absicht! Das hat ganz schön nachher. Alter. Wuh! Aber gut, ne? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich kann die nicht. Was schätzen? Auf den Stückel haben wir jetzt immer so 100 gehabt, oder was? Oder ja? Nicht so mehr. Kannst du einschätzen. Hast du eine Geschwindigkeit drauf? Leider nicht. Ja. Wir haben solche Sachen nochmal wieder oben. Egal. Aber hier ächzen wir dann in den Kurven. Hier müssen wir. Hier müssen wir. Auf der Graden kann man ja schon mal kurz Gas geben. In der Maurer. Cool. ا! So ist du in der Hülle! Huuuuh! Huuuuuuuuuuh! Huuuuuuuh! Huuuuuuuh! Huuuuuuuuuh! Huuuuuuh! Ich bin ganz traurig, ich bin ganz traurig, ich bin ganz traurig, ich bin ganz traurig. Scheiße! Ich weiß nicht, ob der Lager mit euch und sonst noch in den Wagen oder so. Ich weiß nicht, ob ich nicht so machen kann. Ich hab ja extra mal klein gegessen. Wirst du jetzt in die Beamen, war geil? Nee, ich hab ja wohl nicht. Wir müssen vorher mal in die Schlaufe fahren, über die Stoff. Das ist der Quartal weg, oder? Aber irgendwie bist du mit der Karriere noch nie so richtig, also keine Fahrrad-Praxis, also einen Kilometern, oder? Wie mit der Fahrrad-Praxis? Ich bin ja, du fährst die Karriere nicht oft, voll klang. Also, bessere Schwinde! Bessere Schwinde! So? Ist ja was anderes, wie ein anderes Auto. So, ne? Aber kann nicht passieren, Mann. Wuuuuh! Scheiße, ich spielte jetzt. Legenackt. Was? Legenackt. Ah! Ich hab' die Sache gemacht. Wenn man nur mit hat, na klar, Mann. Wir fahren jetzt gerade 708. Ich trete hier irgendwas auf dem Display. Ich weiß nicht, ob das die KMH sind. 710, 708. Ja, es schwankt. Ich hab' das Temperatur gemacht. Ja, okay. Juuuuh! 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 Ich bin ja geil! Juuuuh! Ja, genau, man kann das vorwärts. Ich weiß nicht, jetzt fahren wir rechts über Kirschtafel. Ist das der Filmstuf? Ach ne. Oder? Ne, komm. Ja, das ist wohl mehr so viel. Gut. Nach dem Herzen habe ich mehr Wetter jetzt. Schau, dass heute so ein Bikini-Wetter und kurzer Röcke-Wetter ist. Ich habe das mal gemacht, das hat aber geborgen, da sind die Leute beiseite gesprungen. Das ist durch, das ist durch. Ich dachte, was geht denn jetzt? Das kann ich mir vorstellen. Hey, boah, es geht jetzt ab. Ich komme gar nicht zum Fenster aufmachen. Zu, weil ich euch nicht bin und das geht jetzt. Ab. Ja, wir sitzen bis jetzt noch. Ich muss mein Gerät festhalten. Hier ist davon, da kannst du eh nicht so die Geräche. Wenn sie da stehen, da weiß ich was. Jetzt haben wir keine Lust und sowas. Ich gucke das Röde auf keinen Schall an. Das ist zu verrückt. Wie gesagt, da geht noch ein bisschen was gut. Aber ne, ne, das machen wir nicht. Mit 1,2-Bow fährt er jetzt. Aber ich könnte das alles noch ein bisschen abstimmen mit 1,6-Bow. Aber es reicht, denke ich mal, aus. Ho, ho, ho. 1,5-Mail-Rennen sind wir dabei. Na ja, da fahren ganz andere Geräsen mit. Das war etwas für die Straße. Da geht es rum. Na ja. Kann man über die Schamatte wahr, oder? Na ja, na ja, na ja. Was denn? Mir egal. Kannst du mich über den Himmel dann rauslassen wieder? Na? Kannst du mich über den Himmel rauslassen? Oder was denn? Ansonsten würdest du, fass ich jetzt nach Wuppernstorf und dann? Ist auch Quatsch eigentlich. Ist Quatsch. Da musst du mich nicht nix, da wir Himmel schaffen dürfen. Haben wir mal eine kleine Tour gemacht? Ja. Gut, aber auch wieder läuft dann nach vorne. Alles easy. Die wollen lang, rechts oder links? Äh, rechts sagt geradeaus. Ne, fahr mal geradeaus. Fahr mal geradeaus. Fahr mal geradeaus, Mann. Probe mal! Na ja. Na ja. Rausklobe ist schon seit vier oder fünf Jahren. War schon fertig gewesen, ne? Na ja. Na ja. Hat ein Zitter gebrennt. Na ja. Bis de... Vor uns war schon nochmal der Himmel. Na klar, ne? Toller? Na. Ja. Wunderlich. Verglückt. Die Rädel, die machen, wenn du so, wenn du so, wenn du so ordentlich fährst, machen wie ohne Himmel war. Na ja, die sind schon ganz schön alt. Achso? Woh! 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 Auf keinen Fall. Kein Bock auf hier, heen reinfahren. Na ja. Wenn wir hier heen reinfahren, dann warst du das. Aha. Aral runter in Freys nochmal. Fünf Sekunden Spaß. Ja. Woh! Ich weiß nicht, dann. Ich sag, bin ich total im E-Mach. Ahem. Woohoo! Naja, das müssen. Warte mal, jetzt waren wir 70 und das ist gerade hoch 140 bestimmt. Keine Ahnung. Hab kein Gefühl für sowas. Wenn der Tag aufhängt, dann fällt die Nase manchmal ganz schön. Sag auch nicht, hier rauf gehen. Verstehen Sie? Hier fahren Sie übrigens. Kannst du das machen? Nein, das mag ich nicht. Das mag ich aber nicht, wenn die hier rauf fahren. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Ja. Wenn der diese Idee hin zum schnellen Bock verleidet. Ja. Von den Waldgrätschern. Hä? Von den Waldgrätschern beenden wir diesen Hölentrip. So, ne? Was bist du denn los mit dir? Wie kann ich das denn noch schaffen? Bisschen wir ja gar nicht. Ja, können wir auch noch. Stücke noch. Sechs Stücke? Können wir auch wollen. Stücke gleich können wir laufen. Aber scheiß Regolm. Da war's das? Weißt du, an den schnellsten Konnesot somit in die Garage? Ja. Da kriegst du alles. Sprit? Ja, ja. Aber die Tankenräder geht, oder? Die Tankenräder ist nicht immer viertelvoll. Das wäre ja auch cool, wenn ich immer viertelvoll wäre. Na ja, vorhin viertelvoll und jetzt habe ich noch mal zwei Stunden reingetankt, das ist so wieder. Jetzt hätten wir jetzt noch reingetankt, das ist so wieder viertelvoll. Ich hätte dich halt mal von außen auf gefilmt, das kann man jetzt hier am Waldorf halt nicht machen. Ich stehe irgendwo und du fährst halt viel los, ne? Aber na, willst du machen wir ein andermal? Dann müssen wir einen fliegenden Stock mal machen. Oder so, wenn jeder nebenher flog oder so mit dem Auto. Da hast du halt die Windgeräusche, ne? Ja. Das war der ehemalige Ortsversteher. Was ist denn hier los? Nein, der Herr nicht. Danke für diese atemberaubende Frage. Also, unvergesslich. Wir wollten vorher mal kacken geben. Hättest du vorher noch mal kacken gehen müssen? Ja. Ja, ab'n schönen Dank. Ich werde gleich weiterschießen, he? Ja, genau. Toll, danke. Mach's gut hier, Junge. Wir sehen uns, ne? Okay, jedenfalls. Nächstes Mal wieder arbeiten, he? Machen wir mal ne Frühling jetzt ab, du. Ja, ja. Das ist ja krass hier mit Aussteigen und so. Alles klar, Junge. Alles klar, Junge. Man sieht sich, danke. Tschüss. Easy. Tschüss.